willkommen ja da haben wir nach da haben wir nach F7 so dann Turm nach H5 alle Felder vom König da haben wir nach F7 das wäre aber wieder einfacher ja da haben wir nach G8 äh Läufer nach H3 darf man nach F7 Turm nach H6 Turm nach E8 Turm nach H2 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 H3 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 H3